Hallo Minecraft! Willkommen zurück zu Minecraft Sky Factory. Heute noch eine Folge, alleine morgen wieder mit McQuisto wahrscheinlich. Ja, ich bin gerade mal hier am gucken, was sie gemacht haben. Das ist gar nicht passiert. Die wollten hier überall Peer-to-Peer einfügen. Da sind noch die Löcher, die ich gemacht habe für die Kabel. Ah, hier sind Vorbereitungen getroffen für die verschiedenen Channels. Okay. Peer-to-Peer. Aber was haben die denn gemacht? Hier stehen ein paar mehr Maschinen, klar, okay. Aber sonst ist da gar nichts passiert. Ist hier was Neues? Sieht auch nicht so aus. Was haben die denn gemacht? Gar nichts? Hey, ich war jetzt fünf Tage nicht da und nichts ist passiert. Ja, toll. Das ist mein Markt fünf Tage nicht da. Ich war nämlich im Urlaub, im... Ah, hier in Botania ist ein bisschen was passiert. Und da ist irgendwie auch irgendwas passiert. Da steht ein Beacon. Was haben die hier gemacht? Oh, hier. Diese Dinger sind ja cool. It's magic. Das sieht cool aus. Da machen wir mal ein Screenshot von. Ich weiß zwar nicht, was die hier machen, ja. Äh, äh, aber, äh, ist okay. Ja, ich dachte, ich könnte jetzt die ganzen Kabel verkleiden. Man. Als das. Alles andere als das, was draufsteht. Haha. Ja. Das war ja noch vom Anfang an, als da, äh, Ach so, warte mal. Knetanlaken. Da müssen wir natürlich extra, äh, laufen, um das Zeug anzusammeln. So. Hier, der, die Painting Machine hat mal wieder ein cooles, äh, wie Soulbinder. Ok. Ähm. 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 Oh Gott. Das Essen wird wahrscheinlich alles voll sein. Boah, das wird überlaufen. Aber ne, wir haben, glaube ich... Ja, wir haben alles geupgradet. Ah. Gerade mal gucken, was hier alles da ist. 64 Steaks Brote. Toll. Okay. Was haben wir hier? Bell Pepper. Wovon haben wir noch wenig? Davon und davon. Davon auch. Davon auch. Davon auch. Davon auch. Davon auch. Nämlich, äh, gucken wir gerade mal noch nach den Golems. Die haben hier überall Getreide angebaut. Ist ja doll. Ah. Die checken das auf keinem Auge. Dann pflanze mir hier mal noch das Zeug an, was hier über ist. Äh, was, von wovon wir einfach wenig haben. Upsa. So, ja. Urlaub war sehr toll. Äh, ich war im Bixtal. Äh, Südtirol oder Tirol. Ähm. Davon wird's die nächsten Tage auch noch ein paar Videos geben. Ähm. Ja. Und was haben wir hier? Auch Getreide. Getreide haben, äh, Brot haben wir ja jetzt im Moment genug. Jetzt können wir mal das ganze andere Zeug anpflanzen lassen, was wir nicht haben. Hier so. Ja, ich zerstöre jetzt natürlich ein paar Sachen, aber das ist ja völlig, äh, Banane. Gut. Was haben wir noch? Hier Radieschen. Was haben wir hier? Ein Apple. Äh, Tonen. Äh, ne. Was sind das? Erbsen, glaub ich. So. Ja, ich freu mich, dass ich wieder hier, äh, zurück bin. Kann man wieder ein bisschen, ein bisschen was machen. So. Gut, alles aufgeräumt. Ähm. Oh, wir hatten ja noch, wir hatten ja noch, äh, lass mich mal grad hier so, äh, herangehen. Wir hatten ja, glaub ich, noch ein zweites Quarry aufgestellt. Ist natürlich auch jetzt fertig. Ähm, logisch. Ist ja ein paar Tage her. Oh, Essenzen. Ist ja ein paar Tage her, dass wir hier waren. Nein! Eins zu tief. Ach, den Typen hier können wir auch mal wieder gucken. Haben die hier nicht so wellig, ein paar Emeralds liegen. Sieht nicht so aus. Was machst du hier? Was machst du hier? Auch Bücher. Äh. Gibt's halt nicht so nix. Und Wolle. Wolle. Und der Last Villager, der macht ja gar nix. Stimmt ja. Auch Wolle. Naja, so gut sind die jetzt nicht. Ich hab gedacht, die werden besser. So, aber sonst, äh, scheint hier alles zu laufen. Äh, hallo. Oh, fast wär's draufgegangen. Ähm, Moment. Erstmal hier. Die hab ich schon an. Verdammte Axt. So, ich weiß grad gar nicht, was wir das letzte Mal gemacht haben. Wir haben das Coral hier aufgestellt. Haben wir. Ach, die Brille haben wir auf. Dann müssen wir hier mal wieder ein bisschen... Wir hatten ja auch letztes Mal noch irgendwas mit... ähm, mit Towncraft gemacht, wo ich dann das Zeug nicht hatte. Ähm, lass mich grad mal reingucken. Genau, wir waren, glaub ich, hier unten bei, ähm, dem ME-Zeug. Da hab ich schon ziemlich viel geresearched. Ähm, das könnte man demnächst mal angehen, dass wir uns einen, äh, Towncraft ME bauen. Nein! Memoed. Comparator. Okay, aber was macht der noch? Eeeh, ich finde das gut. Chemical Boiler. Äh, hier hatte ich, glaub ich, schon alles fertig. Hier nicht. Infusion Altar. Muss man auch irgendwann noch bauen, dafür brauchen wir aber eine neue Plattform. Oh, kein Spa. Relaxen in diesem Style. Ohm. Hmm. Heeeh. You have created a handy machine that when filled with water, also wenn es mit Wasser gefüllt ist und Badesalz automatisch gemixt wird. Die Flüssigkeit wird eine 5x5 große Fläche über der Maschine füllen, aber wofür brauche ich das? Boah, gleich mal wieder voll hier drin, aber ich will mal auch noch behaupten, ob hinten sich irgendwas verändert hat, weil irgendwas müssen die ja gemacht haben, also kann ja nicht sein, dass die, wenn ich weg bin, einfach nichts mehr machen. Da ist wirklich nichts passiert, gar nichts, da ist alles noch gleich, was ist denn hier los? Ah, da ist noch was. Was ist das? Auch mit Obsidian. Und was ist das? Powered Spawner. Aber was ist, was ist in den Spawnern drin? Was ist da drin, Leute? Warum sind hier Lootbags? Warum sind nicht einsortiert? Ah, hier, Skelett, Zombie, Zombie, Skelett, auch mit. Oh, das ist aber, das ist aber ein bisschen fies. Okay, naja, so wild ist das jetzt auch nicht. Wir haben hier ja auch noch eine normale Monsterfalle. Ähm, Zombie-Trophy, da brauchen wir nicht. Machen wir mal hier rein. So, okay. Hm. Weiß jetzt nicht, was ich davon halten soll, dass die hier nichts gebaut haben. One-Hit. Also, kann ich wirklich nicht. Also, ich verstehe es nicht. Ich dachte, die sind ja voll aktiv, wenn ich nicht da bin. Dann sind sie endlich mal froh, dass ich nicht mehr da bin. Aber so war es wohl nicht. Weil hier, warum fehlt hier Zeug? Weil ich das etwa... Das müssen wir mal reparieren. Was sind das, die Endermans, die das alles klauen? Ich hab keine Ahnung. Ja, noch ein, zwei Endermans. Und ist da ein Obsidian-Block? Also, manchmal frage ich mich schon, äh, was ist hier passiert. Und hier ist gar nicht fertig gebaut. Ah, da fangen die Leute wieder an und dann bauen sie nicht fertig. Aber im selben Style wie mein Haus. Wie meine Monsterfalle. Das finde ich dann doch wiederum gut. So. Haben wir noch irgendwo ein Bildeswand? Äh, nö. Aber Shadow TS hat da hinten bestimmt wieder irgendwo was platziert, äh, deponiert. Und Stonewand. Gibt's da auch noch einen aus... ...Diamant? Nö. Ich mach dann jetzt wenigstens hier hinten noch die Wand fertig, dass ich wenigstens etwas Sinnvolles in der Folge gemacht hab. Also, ich bin ein bisschen enttäuscht von den Leutchen hier. Wirklich? Ähm, ja. Ähm, ich guck mal, ich müsste eigentlich noch welche haben. Yeah. Ich hab wirklich gedacht, die haben, äh, voll Gas gegeben und überraschen mich hier mit mega dem neuen, äh, Equipment. Aber da, äh, hab ich wohl falsch gedacht. Nein, doch nicht so. Oh. Oh. Hallo. So, jetzt. Was machen die Bögen hier? Ach. Weißt du was? Hau die doch einfach hier rein. Was haben wir noch, was da rein kann? Die Pfeile behalten wir mal. Waren gebittert hier. Ähm, so. Ja, auch noch ein Stone. Ah, da ist auch noch. Nehmen wir auch mit. Gut. So, und noch kurz jizzeln. Jizzle, jizzle. Ähm, irgendwo mal noch vorne. Ah, na. Ah, jedes Mal die scheiß, äh, hier, äh, jizzle. Geht nie dahin, wo ich sie hin haben will. Den braucht man. Oh. Ein Stück Krups. Nein. Wo ist er immer noch eingebaut? Huhu. So, dann sind wir auch gleich schon da. Warum regnet es hier? Das war dann mal so eingestellt, dass das immer aufhört. Also wer auch immer hier angefangen hat zu bauen, nächstes Mal bitte fertig machen. So, war da gar nicht so viel Arbeit. Aber wieso hat der, der das gebaut hat, das nicht fertig gemacht? Ja, was haben wir hier? Vier raus. Hier sind es bloß drei. Wie ist so denn das? Hier sind es auch drei. So, dann gehen wir hier auch drei. Gut. Dann hätten wir, äh, die Monsterfalle hier auch. Fertig. Ausgeleuchtet. Hat jemand Stein quackeln gemacht? Hinters Construct quackeln. Ja, die gehen mit Stein. So, wie ihr gesehen habt, hat sich leider nicht viel verändert. Ich bin etwas enttäuscht. Ähm, wird sich die Tage wieder ändern. Dann werde ich wieder, äh, täglich eine Folge Minecraft Sky Factory rausbringen. Ähm, schaut auch mal bei meinen Videos in den nächsten Tagen vorbei. Ich bin ein Teil vom Blog, ähm, von meinem Urlaub. Ähm, wie gesagt, äh, bisschen, bisschen schön. Also, ja, äh, war jetzt nicht sehr aufregend, aber einfach schön. Äh, wir waren auf über 2.800 oder 2.700 Meter Höhe über mehr. Ähm, hat richtig viel Laune gemacht. So, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Minecraft. Wie gesagt, Ici, da số 1.500 Meter Höhe überlemmt euch, Als nächstes einmal einmal wäre es,